Wirkt ja eigentlich so, als ob er da einen simplen Korbleger hätte. Und Thiemann gegen Josh Greene. Loh, die Attacke vor Bayern Bittatze. Und dann Thiemann, and one. Thiemann, der Schock-Fake, die Attacke von Johannes Thiemann. Thiemann. Oh, ist der gut. So gut. Ein bester deutscher Spieler. Kettas, kein einziger Starter gerade drauf. Hier nochmal die tolle Bewegung von Johannes Thiemann. Bringt so viel Energie. Und genau wie die Slowenen schon, genau das die Line-Up. Oder Teile zumindest. Sekunden noch für Thiemann gegen das Mismatch in Austin. Ries! Und wieder JT! Wieder JT!